Schön, euch zu sehen. Ich bin Gerhard Schröder. Ich war Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland von 1989 und ich bin froh, mit euch ein Leben zu können. Was war denn das Beste daran, Kanzler zu sein? Man konnte Dinge entscheiden, die man als Politiker immer gerne entschieden hätte. Und natürlich ist das Amt auch dazu da, andere kennenzulernen, die politisch arbeiten, wie der Bundeskanzler das auch tut. Was vermissen Sie gar nicht, wenn Sie an die Zeit denken? Ich vermisse zurzeit nichts. Nein, ich bin auch so ein glücklicher Mann. Ich habe das gerne gemacht und nach dem Urteil viele auch nicht so schlecht. Und welchen wichtigsten Tipp geben Sie jetzt Olaf Scholz? Ich gebe keine öffentlichen Ratschläge, weil ein kluger Bundespräsident mal gesagt hat, öffentliche Ratschläge sind mehr Schläge als Rat.